In diesem Teil werde ich diskutieren, erstens den angeblichen Selbstmord von Dr. Othema und seinen vermuteten Grund dafür, zweitens die Theorie, dass Halbertsma und Stadermann an der Erstellung des Manuskripts beteiligt waren, drittens die Ratsymbole, die erstellt worden wären, um es älter aussehen zu lassen, und viertens die Frage, ob Überseehandel zwischen den Phöniziern und Friasland Sinn macht. Hören wir erst einmal, was Johann über den ersten Forscher, Übersetzer, Herausgeber und Verfechter des Oralinda-Buches Dr. Othema sagte. Ich frage mich, warum Johann darüber lacht, denn ich finde das nicht lustig. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist das eine Tatsache oder eine Vermutung? Was ist Johanns Quelle? Die einzigen schriftlichen Quellen, die ich kenne, sind von 2004 und 2006, beide von Goffe Jensmar, der seine Doktorarbeit über das Oralinda-Buch geschrieben hat. In seiner Arbeit schrieb er, laut den Aussagen Einiger verstand Othema schließlich, dass er sich geirrt hatte und dass er seine Ehre als Klassizist verspielt hatte. Er konnte mit dieser Wahrheit nicht mehr leben und erhängte sich. In einer Fußnote erwähnte er, dass ihm dies von zwei Herren gesagt wurde, die, wie er schrieb, Zitat, in den prominenten Kreisen von Leuwarden gut informiert waren, Zitat Ende. Man beachte, dass Othema 1879 starb und diese Männer mehr als 40 Jahre später geboren wurden. In der Einleitung zu Jensmars Übersetzung von 2006, zwei Jahre später, ist er weniger genau, denn dort behauptet er, dass der Grund für Othemas Selbstmord nicht vom Hörensagen stammt, sondern eine Tatsache ist. Er schreibt, Zitat, als Othema von allen verlassen 1879 endlich begriff, dass er sich geirrt hatte und dass er etwas für alt hielt, was zeitgenössisch war, beschloss er, dass es keinen Sinn hatte, weiterzuleben und erhängte sich. Zitat Ende. Offenbar hat Othema keinen Abschiedsbrief oder ein Testament hinterlassen. Jedenfalls ist darüber nichts bekannt, denn sonst hätte Jensmar, das erwähnt. Es gibt keine zeitgenössische Quelle, zum Beispiel einen Familienmitglied oder einen Bekannten von Othema, der über seine Motive Bescheid wusste und sich dazu äußerte. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte Jensmar das wiederum zitieren müssen. Wir sollten sogar die angebliche Tatsache infrage stellen, dass er sich selbst umgebracht hat. Es könnten genauso gut Gerüchte sein und es ist sogar möglich, dass er ermordet wurde. Eines ist sicher, es hätte Motive gegeben, ihn zum Schweigen zu bringen oder über seinen Tod zu lügen. Und Motive, andere davon abzuhalten, die OLH ernst zu nehmen und für ihre Authentizität einzutreten, wie Othema es getan hat. Es könnte sehr gut sein, dass das andere davon abgehalten hat, in seine Fußstapfen zu treten. Warum hätte das kulturelle Establishment Othema zum Schweigen bringen wollen? Und warum hätten sie auch heute noch Motive, ihn zu unterdrücken? Ich werde vier Zitate aus verschiedenen Zeiten anführen, um dies zu verdeutlichen. 1876 schrieb Beckering Winkers, Zitat, Jene vorchristlichen Euralinders halten eine sehr prekäre, äußerst fortschrittliche Ideologie, Zitat Ende. Er gab auch zu, dass es sein Ziel war, das Buch lächerlich zu machen. 50 Jahre später stellte de Jong noch deutlicher fest, Zitat, Manche sehen darin das trügerische Meisterwerk dunkler Mächte, geschaffen mit dem offensichtlichen Ziel, die Fundamente von Kirche und Gesellschaft zu untergraben. Zitat Ende. Ich wiederhole nochmal, die Fundamente von Kirche und Gesellschaft zu untergraben. Ein sehr bezeichnendes Zitat. Selbst während der deutschen Revolution in den 1930er Jahren wurde es vom nationalsozialistischen Establishment nicht offen akzeptiert. Wie Hübner schrieb, Zitat, es ist nicht nur demokratisch, führerfeindlich und pazifistisch in seinen Grundlagen, Zitat Ende. Dass Heinrich Himmler das Buch sehr wohl ernst nahm, es heimlich recherchieren ließ und zumindest einige Anregungen daraus nahm, habe ich in den Interviews mit Red Eyes diskutiert. Wenn Sie das also interessant finden, empfehle ich Ihnen das anzuhören, vor allem die Mitgliederstunde des Interviews aus dem Jahr 2016. Auch in unserer Zeit hätte die politisch korrekte, weil staatlich finanzierte Wissenschaft ihre Gründe von der Popularisierung des Buches abzuraten, ob als möglicherweise authentisch oder als Fiktion. Denn wie Jensma 2004 in einem Radiointerview sagte, Zitat, es hat einen sehr rassistischen Inhalt, Zitat Ende. Das Buch würde nicht nur weißen Nationalisten in die Hände spielen, sondern auch Menschen, die gegen Wucher, Erbfolge, übermäßig angehäuften Reichtum und alle Arten von Sklaventum oder Priesterschaft sind. Es hätte also durchaus Motive gegeben, Othema zum Schweigen zu bringen oder lächerlich zu machen und seine potenziellen Anhänger zu entmutigen. Deutet seine letzte Veröffentlichung von 1878 darauf hin, dass er Zweifel hatte oder dass es möglich war, dass er seine Meinung ändern konnte? Nein, denn er schrieb, Zitat, sieben Jahre ununterbrochenen Studiums des Buches und alles, was darüber geschrieben wurde, hatte diese Überzeugung immer bestätigt. Das zweite Thema, das ich besprechen werde, ist die Theorie, dass Halbertsma und Stadermann irgendwie an der angeblichen Erstellung des Manuskriptes beteiligt waren. Johann Oldenkamp sagte, Die sogenannte Recherche, die Johann betrieben hat, kann nicht viel mehr gewesen sein als das Lesen der Webseite von Menno Knull, aber diese Theorie ist höchst fragwürdig. Sie wurde vor mehr als fünf Jahren in einem Forum ausführlich diskutiert. Herr Knull hat eine Menge Arbeit geleistet und ich lobe ihn für seine Bemühungen, aber ich werde Gründe zusammenfassen, warum diese Theorie nicht realistisch ist. Lassen Sie uns zuerst hören, was Johann sagte. Eines von zwei starken Argumenten gegen die Halbertsma-Hypothese ist, dass seine wichtigsten Symbole der traditionellen friesischen Kultur im OLB nicht vorkommen. Lange weibliche Haarzöpfe und die Küstenstadt Hindelopen. Wie ein Historiker über ihn schrieb, Zitat, Das Flechten der Haare in Hindelopen, so Halbertsma, ist eine Tradition, die schon vom römischen Autor Tacitus beschrieben wurde und für die freien Friesen charakteristisch ist. Zitat Ende. Und ein Halbertsma-Zitat von 1855, das ich übersetzen werde, Zitat, Mit diesen langen Zöpfen zeichneten sich die friesischen Frauen nicht nur als Angehörige eines freien Volkes, sondern auch als die vornehmste der germanischen Rassen aus. Zitat Ende. Das zweite starke Argument betrifft die Sprache der Auralinder Handschriften. Diese wurde von den einen als reiner angesehen, als die der altfriesischen Gesetzestexte, von den anderen als ein Mischmasch aus verschiedenen nordeuropäischen Sprachen und Dialekten. Halbertsma war bekannt dafür, dass er in seinen Schriften lieber zeitgenössisches Friesisch verwendete, als eine Schreibweise, die auf altfriesischen Quellen basierte. Laut Lendert Floris over the Linden, dem Sohn von Cornelius, der das Manuskript erbte, war sein Vater in den 1840er Jahren nur ein Jahr lang mit Stardermann bekannt. Die Zahl der Personen, die gelogen und sich verschworen haben müssen, ist, wie bei jeder Hoax-Theorie, hoch. Außerdem weigerte sich Cornelius over the Linden, das Manuskript zu verkaufen, wie er 1867 an Fairwise schrieb. Zitat, man kann seinen Kindern nicht einen Familienschatz mit einer solchen Empfehlung vorenthalten. Zitat Ende. Er bezieht sich auf die Briefe von Hidde und Lico. Zitat, es kann also nicht verkauft werden. Zitat Ende. Dies wird seit den 1870er Jahren immer wiederholt, aber ich habe es in einem achtminütigen Video widerlegt. Das Papier ist höchstwahrscheinlich spanisch-arabisch, denn es hat ähnliche Wasserlinien. Eine kürzlich durchgeführte Studie wurde vertuscht, wahrscheinlich, weil sie die falschen Fragen gestellt haben und somit nicht die erhofften Ergebnisse erhielten. Drittes Thema dieses Videos. Die Symbole, die auf dem sechsspeichigen Rad basieren. Johann schlug vor, dass ein bestehender Text in ein geschaffenes runenartiges Alphabet übertragen wurde, um ihn älter aussehen zu lassen, damit die Fälscher ihn für einen guten Preis verkaufen konnten. Wenn sie den Originaltext studieren, werden sie feststellen, dass es eine große Vielfalt in der Rechtschreibung, im Stil und in der Wortwahl gibt, sowohl zwischen als auch innerhalb der verschiedenen Texte. Ein hypothetischer Fälscher des 19. Jahrhunderts hätte eine gute Ausbildung gehabt und hätte eher einen Stil und eine einheitliche Rechtschreibung geschaffen. Wenn das Motiv für die Herstellung war, das Volk umzuerziehen und zu inspirieren oder Geld zu verdienen, machen diese Varianten keinen Sinn. Wenn das Ziel war, die Illusion von Authentizität zu schaffen, hätte der Autor besser Elemente weggelassen, die für die meisten Menschen in den 1870er Jahren keinen Sinn machten. Einige davon sind in unserer heutigen Zeit sogar viel plausibler. Warum wurden zum Beispiel vier verschiedene A's verwendet, wenn wir das H mit einbeziehen? A, A, A und das aspirierte H. Beachten Sie, dass entlang der Handversionen unten nicht alle bekannten Buchstaben gleich aussehen. Das gleiche gilt für die Os. O oder OA oder O. Wie die A's werden sie nicht konsequent verwendet, was zu erwarten ist, wenn sie von verschiedenen Autoren und aus Zeiten stammen, in denen die Menschen vielleicht nicht mit einer bestimmten Schreibweise erzogen wurden. Das V und die drei U's, U oder U, Ui und Eu, V und Doppel-V oder W scheinen manchmal als Vokale verwendet worden zu sein. O manchmal als aspirierte Konsonanten. Auf meinem Weblog habe ich kürzlich eine Studie über diese Buchstaben und mögliche Klänge geschrieben. Das kurze und lange E, Ö und E, von denen die Langschriftversionen kaum zu unterscheiden sind. Vier verschiedene I, J, Y klingende Buchstaben, I, ein aspiriertes Je, E und E. Beachten Sie, dass alle meine Aussprachen Vermutungen sind, die auf vielen Wortstudien beruhen und verschiedene Sprachen und Dialekte vergleichen, die aus dieser Frias-Sprache oder dem Proto-Friesischen hervorgegangen sein könnten. Die eine Sache, die von den wenigen frühen Forschern ignoriert worden zu sein scheint, ist, dass einige der Fester- oder Langhandbuchstaben unterhalb der radbasierten Versionen unbekannt sind. Sie ähneln nicht eindeutig unseren Buchstaben. Zum Beispiel das F und das NG. Besonders das ING kann nur durch den Kontext der Wörter, in denen es verwendet wird, identifiziert werden. Das Letzte, worauf ich in dieser kurzen Übersicht der Symbole hinweisen möchte, ist der Buchstabe Z, der im Text verwendet wird, aber nicht auf der Alphabetseite aufgeführt ist. Othema interpretierte den Buchstaben als GS. Aber da das Verb SETZER manchmal mit getrenntem D und S geschrieben wird, denke ich, dass es eher das Z repräsentiert. Ein hypothetischer Fälscher hätte diesen Buchstaben wohl eher auf die Alphabetseite gesetzt. Wenn Sie dieses Thema interessant finden, empfehle ich vier Teile eines Videos, die ich vor einigen Jahren gemacht habe. Sie sind leicht auf YouTube zu finden und in fünf verschiedenen Sprachen verfügbar. Nun das vierte Thema, die Plausibilität von Handels oder anderen Kontakten in Übersee zwischen Mediterranen und Nordeuropäern. Das ist, was Johann sagte. Er scheint nicht zu wissen, was er eigentlich sagen will. Zuerst suggeriert er, dass diese Fernreisen unsinn sind. Dann gibt er zu, dass es Reisen gegeben haben muss. Und er schließt mit der Aussage, dass Friesland, da es Teil des phönizischen Reiches war, für ihn Unsinn ist. Nun mit der letzten Aussage stimme ich überein, aber das Oralinderbuch suggeriert das nicht. Nur, dass es Handel und Konflikte zwischen den Regionen gab. Die verschiedenen Texte deuten auch an, welche Waren gehandelt wurden. Zum Beispiel Bernstein, auch Barnsten oder Burnstone genannt, Zinn, Kupfer, Eisen, Textilien, Tierhäute, Kräuter, Eichenholz und Schreibfilz. Ich persönlich denke, dass allein das Eichenholz ein tolles Handelsgut gewesen wäre und alles, was man daraus machen kann. Zum Beispiel Schiffe, Boote, Möbel, geschnitzte Kunst und so weiter. Offensichtlich wäre von all dem nach über 2000 Jahren nicht mehr viel übrig geblieben. Es wäre interessant, die Herkunft des Holzes aus antiken Schiffswracks aus dem Mittelmeerraum oder aus den vergrabenen Booten in der Nähe der ägyptischen Pyramiden zu untersuchen. Was den Bernstein angeht, so ist bereits bestätigt, dass phönizische Schiffe baltischen Bernstein an Bord hatten, der aber theoretisch auch über Land zu ihnen gelangt sein könnte. Schauen Sie sich diese Karte an. Unten sehen wir die Schweiz und Österreich und von dort aus fließt der Rhein abwärts durch Deutschland, dann Holland und schließlich in die Nordsee. Außerdem fließen viele kleinere Flüsse in ihn hinein. Auch heute noch ist es am einfachsten, schwere Lasten mit dem Boot zu transportieren. Wer also diese Flüsse kontrolliert, hat Zugang zu einem großen Gebiet und allen Waren, die von dort aus gehandelt werden können. Nicht nur der Handel zwischen den verschiedenen Völkern, die entlang dieser Flüsse gelebt hätten, sondern auch, wenn sie nach Übersee zu weiter entfernten Nationensegel konnten, zum Beispiel in die baltische Region oder das Mittelmeer. Das, was heute die Niederlande oder Holland ist, war und ist mit anderen Worten eine strategisch sehr gut zu kontrollierende Lage. Wenn es also kein starkes Volk und keine starke Kultur gegeben hätte, wäre dieses Gebiet schon lange vor unserem Jahr Null von mediterranen oder anderen Völkern erobert und kontrolliert worden. In diesem Fall würde unsere Sprache viel mehr anderen Sprachen ähneln, höchstwahrscheinlich südeuropäischen. Dass sie seit unserem Jahr Null immer mehr von fremden Mächten kontrolliert wurde, vor allem im letzten Jahrhundert, das ist eine andere Geschichte. Schließlich werde ich die allgemeinen Diskussionspunkte von Johann bezüglich der Sprache und Euralinda bewerten. Er schlug vor, die offiziellen Etymologien zu überdenken. Ich stimme zu, viele machen keinen Sinn und scheinen zu suggerieren, dass unsere vorchristliche Kultur im Vergleich zu der der Hebräer, Griechen und Römer primitiv war. Die Wahrheit könnte ganz anders aussehen, wenn man sich traut, darüber nachzudenken. Und das ist eine andere Sache, die Johann vorschlägt, dass Niederländisch, Friesisch, Sächsisch und Germanisch, nicht in diesen Worten, aber wahrscheinlich näher an der Ursprache vor der biblischen Sprachverwirrung sind, als Hebräisch, Griechisch und Latein. Das ist auch meine vorläufige Schlussfolgerung, aber es ist noch viel mehr Forschung nötig, um diese Idee zu unterstützen, um sie in gute Worte zu fassen. Nun zu seiner gesamten Forschung und Beurteilung der Oralinda-Handschriften und ihrer Sprache. Es ist enttäuschend, vor allem, weil er die Dinge so darstellt, als wären sie Fakten, die in Wirklichkeit nicht mehr sind als wilde Vermutungen oder Spekulationen. Dieser Ansatz ist symptomatisch dafür, wie das Buch von den meisten der wenigen behandelt wird, die darüber publizieren. Sie plappern die Arbeit anderer nach und bleiben oberflächlich, während sie die Illusion erwecken, dass das, was sie sagen, offensichtlich wahr ist. Menno Knull hat sicherlich viel Arbeit geleistet, in dem er Quellen sammelte und eine Chronologie der Ereignisse und Veröffentlichungen erstellte, aber er arbeitete gleichzeitig an verschiedenen anderen Projekten und schien alles zu ignorieren, was im Widerspruch zu seiner Theorie stand. Goffe Jensma hat auch viel Arbeit geleistet und seine Bücher waren für mich sehr nützlich, aber er wurde von kulturellen Institutionen bezahlt, um die Hoax-Doktrin zu propagieren. Und hätte höchstwahrscheinlich kein Geld bekommen, wenn er auch nur die Frage gestellt hätte, ob das Manuskript vielleicht doch authentisch ist. Seine ganze Arbeit basiert auf der Annahme, dass es gefälscht ist. So, das wär's für den Moment. Ich weiß, dass das nicht für die Massen interessant ist, aber für diejenigen, die es interessiert, ist es die Arbeit wert. So ein Video wie dieses zu produzieren ist immer noch viel Arbeit für mich, aber Übung macht den Meister und darauf arbeite ich hin. Anregungen und Kritik bitte gerne da lassen. Bleibt dran für mehr.